Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die Mächte zur Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die Mächte zur Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Brot. Liebe Sesolein, ich, dein Kind, komme zu dir. Ich glaube ja ganz fest an dich, dass du mich liebst. Du wirst mich sicher erhören. Du liebst ja uns, Kinder, sehr. Zuerst will ich dir danken, dass du mir einen lieben Schutzengel gegeben hast. Mit ihm bin ich zu dir gekommen. Bittest du, Schutzengel, bleib immer bei mir und du schützt mich. Und du, mein liebes Jesulein, höre mich an. Ich grüße dich auf den Knie ganz herzlich. Ich liebe dich, Sir. Ich bin dein und du bist mein. Ich danke dir für das Leben auf Erden, von wo ich in den so schönen Himmel kommen kann. Oh, du, mein Jesulein, höre gerne meine Bitte. Bitte sei so lieb. Erhalte mich gesund an Leib und Seele. Hilf mir, dass ich daheim fromm lebe und in die Kirche gehe. Hilf mir in der Schule, dass ich gut lerne. Hilf mir, dass ich daheim fromm lebe und in die Kirche gehe. Hilf mir so zu sein, dass meine lieben Eltern und meine Geschwister und alle sich mit mir freuen können. Ich bitte dich für meine liebe Mutti, für meinen lieben Vater und für meine lieben Geschwister. Gib uns, was wir zum Leben brauchen. Hilf mir, meine Probleme zu lösen. Hilf mir bitte, dass ich so wert sein werde, wie mich der Vater im Himmel raten will. Hilf mir, liebes Jesulein, dass ich auch deine liebe himmlische Mutter Maria noch mehr liebe. Sie ist ja auch meine liebe Mutter, die ich so sehr liebe, weil sie immer so lieb ist. Jesus Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Will ich oft und gerne beten. Bitte, liebes Jesulein, führe auch die armen Seelen in den wunderbaren Himmel hinein. Dort werden wir einmal alle glücklich, ganz glücklich und froh sein. Dort oben erwartet uns eine ewige Jugend. Wie herrlich und wie schön, wie wunderbar. Nun danke ich nochmals für alles. Und dich, meine liebe himmlische Mutter, bitte ich jetzt. Beschütze du Jesus, mich und alle Menschen auf der Erde. Wenn du dem lieben Gott und der himmlischen Mutter eine besondere Liebe erweisen wirst, so kannst du am Schluss der Novena beten, wie ein Großer. Hörte uns, so der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weitern und gebenedeitst die Brucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken. Deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Jesus und Maria. Ganz euch soll gehören, mein Leben. So werde ich haben, den himmlischen Segen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlied. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020